Heutiger Tag. Sehr anstrengend, aber lustig. Medientermine sind. In letzter Zeit zur Gewohnheit geworden. Mein Vorbild ist. Nehmen wir auch, weil er einen ähnlichen Spielstil hat wie ich. Die 100 Meter laufe ich in. Keine Ahnung. Neben Fußball mag ich. Tennis. Ein Reiseziel. Rom im Sommer mit der Freundin. Mein Darby-Tipp. 3 zu 1. Jetzt gehe ich. Nach Hause. Danke.